Kommt mal ein Notfall kurzfristig rein, wird er dem Kollegen zugeordnet, der gerade in der Nähe ist. So können wir dem Kunden schnell helfen. Vor Ort kenne ich mich oft schon aus, denn jeder Servicetechniker hat einen persönlichen Draht zu seinen Kunden. Das finde ich gut. So kenne ich meine Kunden und ihr Geschäft. Das ist wichtig, weil wir ja immer auch beratend tätig sind. Mein Beruf ist extrem vielseitig. Vielseitig. Ich komme raus, habe mit Menschen zu tun und ich mag die technischen Herausforderungen. Elektronik, Mechanik oder Hydraulik. Da steckt jede Menge drin. Genau wie in den Jungheinrich-Produkten. Wenn ich gerufen werde, sind gute und schnelle Lösungen gefragt. Der Stapler soll ja so schnell wie möglich wieder laufen. Der Kunde braucht ihn schließlich. Als mobile Problemlöser vor Ort können wir die meisten Defekte mit unserem hochwertigen Werkzeug und topmodernem Equipment schnell und direkt beheben. Jungheinrich.